Einen schönen guten Tag, RaidQuaza hier und PokéSünden Episode 29 Drohende Gefahr ist leider auf YouTube nicht verfügbar. Daher klickt doch einfach hier in der Beschreibung auf den Link zum Video auf Dailymotion, Kommentare und so weiter könnt ihr dann hier da lassen und jetzt viel Spaß bei der Folge.